Gut, dann mal schauen. Ja, guck mal, dann gehe ich erst hier. Auch schwer. Okay. Besser nehme ich dir in den ganzen Stuff mit. Ja, hier liegt er drin. Hallo. Ja, ne, gar kein Ding. Gibt's hier noch schöne Sachen oder das hier? Oh, Mannis. Ähm, Rucksack. Ne, bin dann das Fall. Hallo. Die Sekte treibt dich schon seit Wochen auf der Insel herum. Sieht so aus, als wollten sie eine Operationsbasis in dieser alten Ranger-Station einrichten. Hm, ein Außenpossen. Alles klar. Ja, dann gucke ich mal, ob hier noch irgendwas Schönes für mich wohl liegt. Nö, nicht. Insektenbrotzer. Gut. Dann. Mal schauen. Ja, guck mal, dann gehe ich erst hier hin, mache den da kaputt und dann befreie ich den Außenpossen. Aha, dann wollen wir mal. Gut. Auf geht's. Ist die Oma in der Boat? No. Ich wünschte, man könnte das hier friedlich beenden. Geht aber nicht danach aus. Kultisten voraus! Und im Bleiben! Mehr nicht. Da stimmt noch einer rum. Ja, überrasch die mal. Oh, okay. Super, dann würde ich mal sagen, rüber! Schwimm! Wenn hier noch einer wäre, wäre der bestimmt schon angerannt gekommen. Soll ich auch nicht, okay. Dann werfe ich mal ein Dynamit. Oh, Schiete. Noch eins. Alles klar. Das hat funktioniert. Gut, also im Waffenrad, aufs Dynamit. Mir fehlt Nitro. Okay, kann ich... Das... Nee, kann ich nicht. Gut. Kann ich Molotovs herstellen? Nee, da fehlt mir Stabs für. Okay. Achso. Ähm, nee, ich wollte nicht Molotovs herstellen. Gut, dann ähm... Machen wir den... Mach ich den Außentrost noch platt. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Nö, ich... F kommt nicht zuerst, klar. Okay. Punkt. One. Okay. Hallo, ist hier jemand? Verschlossen. Naja, okay. Dann komme ich nochmal wieder. Mhm. Steht denn da ein Autowagen rum? Trabgeplündert. Alles klar, gucken wir mal. Oh nein. Äh, ja, nee. Leidensgeschichte lese ich mir jetzt mal nicht durch. Äh, das tut mir leid, jo. Gut. Außenposten. Ich möchte irgendwo auf Wüte rüberhängen. Ja, mach das. Das lasse ich nicht entdecken. Ich würde gerne irgendwie auf dieses Haus drauf. Und dann mal von oben rücken. Guckt einer? Nein? Gut. Ich suche mir einen besseren Winkel. Ja, mach das. Ich glaube nicht, dass dieser Haufen uns Ärger machen wird. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Gut, mehr kann ich gerade nicht sehen. Aber hier werden ja wohl noch mehr sein. Naja, gut. Guck. Guck mal. Einer von... Da irgendwo. Na, wo ist er? Ach da, hallo. Gut. Na, da unten ist auch noch einer. Jo, wo schießt du hin? Alles klar. Juhu. Gut. Gut. Ma'am, was muss ich auch tun? Ma'am, wie gut. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt echt mehr als ich erwartet hatte. Du könntest die Sache mit dem Widerstand tatsächlich durchziehen. Als nächstes solltest du dich ums Funksignal kümmern. Mein Funkgerät spendet. Ich kann keinen jenseits der Insel erreichen. Der Funkturm am Südstrang muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Ja. Und los. Da waren wir eben schon. Gucken, ob da jetzt einer rumläuft. Hallo. Ich glaube, ich muss da hoch. Gut. Nicht nach unten gucken, sonst gibt's höhere Angst. Oh je, ich bin nicht schwindelfrei. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh Gott. Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Gleich da. Oh Gott, okay. Verschafft. Yay. Deutsche Insel wurde befreit. Oh, 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 oh. Hey Deputy, ich schicke jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf deine Karte. Ich erkläre dir, was ich so höre. Sieh mal auf deine sanctuary. Should we? Good. Können Sie. Ich Surface Sir. Berlin. Sieh mal auf deine necesita. Wiemile, wenn ich so höre, Ich sag genau, aber du nicht so lady. Alles klar. Und nun? Okay. 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 Da! Na, weil ich hier voll sind. Ah, ist aber ein Stückchen. Oh, doch. Das ist echt ein Stückchen, alles klar. Okay. Okay. So, dann schmeißen wir hier eine... ...Dynamit. Hier leider auch das Quad komplett zerstört. Schade. Dann muss ich mir eine andere... ...Metwa...